Unfall in TV-Show – DSDS-Star Beatrice Eggli läuft auf Krücken. Habe bei Ninja Vario alles gegeben – das blieb jedoch leider nicht unverletzt, schrieb die 29-Jährige zu ihrem Schnappschuss auf Instagram. Auf dem strahlt die Volksmusikerin in die Kamera und zeigt, dass sie sich von solch einem Vorfall nicht unterkriegen lässt. Aber nichts hält mich von der Bühne ab, beteuerte sie weiter. Im Interview mit Eurosport erklärte die Power-Frau, wie es zum folgenschweren Missgeschicht gekommen ist, Beatrice sei beim Durchkämpfen des anspruchsvollen TV-Parcours mit dem Knie auf den Boden geknallt und habe sich so eine Verletzung zugezogen. Glimpflicher kam eine andere Fernseh-Beauty bei der Aufzeichnung des Sportformates weg. Ex-Bacheloretter und Fitness-Fan Jessica Pastzka hat nämlich ebenfalls am rasanten Hindernislauf teilgenommen und trug lediglich den einen oder anderen blauen Fleck davon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dadチャ cheese. 이는